Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer kleinen Einloggen zu einem Stream, nämlich gehe ich jetzt gleich live von meinem Community ArcOverallX Server, das wird super super lustig. Ich glaube, ich fange selber einmal komplett von vorne an und guck mal wie das Ganze so läuft, ich glaube das geht ganz schön in die Hose und vor allem will ich auf jeden Fall auch andere Zuschauer, die auf dem Server sitzen, stalken und mir das Ganze angucken, wie das bei denen so läuft, weil ich lese gerade schon im Chat, da müssen viele Leute von vorne anfangen. ArcOverallX ist halt super super schwer und vor allem der Anfang ist super schwer, von daher denke ich, das wäre ein super super lustiger Stream und ich würde mich freuen, wenn ihr da alle am Start wärt, auf jeden Fall. Link ist unten in der Beschreibung, müsst ihr einfach nur draufklicken, da seid ihr dabei, ich höre immer wieder Twitch, ja da muss ich mich ja anmelden, um irgendwas machen zu können, ne müsst ihr nicht, ihr müsst einfach nur auf den Link klicken, da seid ihr schon im Stream, könnt zugucken. Wenn ihr schreiben wollt, dann müsst ihr euch anmelden, das kostet aber auch nichts, nur dass ihr Bescheid wisst Leute, Twitch würde mich sehr freuen, wenn ihr da am Start seid im Stream, das wird ein Spaß, das wird ein Gaudi und dann machen wir schön am Muttertag, machen wir uns hier schöne Arc-Action. würde ich sagen, Leute, seid hoffentlich am Start, ich freue mich auf euch.